hier auf dem kanal und heute hört mich wahrscheinlich gerade gar nicht super freunde jetzt heute mich und zwar will ich heute wie ihr schon 12.000 trofäen knacken das sind noch genau 40 trofäen und ich würde sagen let's go mit sprout von der frau ist schwer zu spielen ich weiß aber ich hoffe wir schaffen das ja freunde und underdog könnten wir gewinnen das ist auch gut für meine trofäen höhe da können wir schön nein ja ja nur noch die b und die jesse meinte ich ja ich habe sie richtig geil okay vorne die erste runde andere doch schaffen wir es ja auch Oh no, nur noch die Penny, Alter. Los, komm, Klingholt, Klingholt. Yes! Mach deine Kanone dahin. Ey, die Penny könnte halt gewinnen. Alter. Nein, nein, nein. Komm, komm, komm. Yes! Alter, Underdog gewonnen. Richtig gut. Okay, Freunde, wir sind auf den 71 Trophäen. Das ist eine sehr gute Höhe. Vielleicht schaffen wir das einfach sofort, Freunde, wir müssen noch drei Sieger holen. Und, ja, let's go. Ey, das ist ja schlau. Ich pushe ja gerade meinen Sprout. Ich glaube, das seht ihr auch. So, wie das auch schon aussieht. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen, Freunde? Ich habe mir übrigens ein neues Gaming-Studio aufgebaut. Keine Ahnung. Ich habe jetzt drei Bildschirme. Ich muss den gerade nochmal gucken. Ah! Ich bin so los. Ja, der Bale ist weg. Yes. Okay, jetzt noch einmal, Freunde. Ihr seht ja schon, ich bin ein richtiger Pro-Gamer. Ja, komm, komm, komm. Gut, teleportiert, Alter. Komm, 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 8-Bit. Let's go. Bitte nicht der 8-Bit. Sterb nicht. Sterb nicht, Bro. Scheiße. Nur noch ich. Ich. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Nein, bitte nicht. 5-. Okay, komm, komm, komm. Scheiße, Freunde. Wir müssen das schaffen, ey. Das Video dauert zu lange, ne? Kacke. Okay. Und das. Okay. Was soll ich machen? Ey, was soll ich machen? Ich schwöre mein Leben. Ähm, wir müssen gewinnen, Mann. Uh, ich schaue ballern. Ja. Yes, Mann. Komm, yes. Und noch der Dynamike. So, Freunde, und dann nach 10.000 Millionen Jahren habe ich es endlich geschafft. Ja, Freunde, und dann habe ich es geschafft und ich war so glücklich. Ich habe erst mal diese Megabox geöffnet. Und leider war nichts drin. Aber, Freunde, wenn euch dieses Brawl Stars Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Wir haben die 50 Abonnenten. Da wird ein Special kommen. Ciao, ciao.